Top 100 ist der größte und wichtigste Innovationswettbewerb im Mittelstand. Wer schafft es, sich durch innovative Führung, Organisation, Kultur und Außenorientierung immer wieder neu zu erfinden? Es ist total wichtig, nicht nur für die Mittelständler, sondern für dieses Land. Warum? Deutschland lebt von Innovation. Wenn man es global betrachtet, sind wir wirklich innovativ. Aber das muss so bleiben und das bedeutet, man muss sich ständig neu erfinden, man muss ständig im Grunde genommen daran arbeiten. Und wichtig ist der Mittelstand, denn das ist im Grunde genommen die Grundlage unseres Wohlstands. Alle Unternehmen wollen heute innovativ sein, aber nur wenige schaffen es wirklich. Gratuliere zum Erfolg im Top 100 Wettbewerb 2019. dwarf Lieferanzbeth 22' Bis zum nächsten Mal.